Wie eine Kathedrale, ja? Da haben wir was! Ast und Kuh! Kind, Band, Gang! Nie nah! Gut, dass ich mich... Hier ist es hier, der hervorragende Dinge. Nur wartet, um es zu beobachten. Gut, finde ich, dass man nicht in Lava fallen kann. Oh, oh, das ist süß. Das ist süß. Ich finde Füchse cool. So, mal schauen, vielleicht kommt es zum ersten Bossfight. Und da stand der Meteor's Herz. Oh, ich bin... Gerade echt jetzt so ein bisschen nervös. Jetzt ist quasi meine Schreibgeschwindigkeit gefragt. Denk dran, dass das nächste Wort brennen wird. Versuche, Insekten so früh wie möglich in Brand zu sitzen, damit sie lange genug brennen. Okay? Okay? Wacht! Maud, Süd. Käse. Saum. Schick. Sekt. Gruß. Gurt. List. Lose. Nähe. Tee. Nest. Dach. Alec. Au. Böse. Bald. Zank. Baby. Gas. Uhr. Süß. Baby. Eule, Pfahl, Gras, Niearm, Saujagd, Mann, Bär, Schwein, Aue, Elf, Ruck, Neu, Kür, Bär, Böse, Mau, Obf, Bau, Kind, Kuh, Keks, Ruhe, Rind, Gut, Topf, Amt, Uhu, Mir, Nudel, Ast, Heilige Scheisse, Mutter Maria, Ego, Fix, Mal, Rollen, Ehe, Art, Treu, Frei, Muss, Last, Hatz, Fast, Satz, ich kenne nur Hannover schon, äh, Aua, 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 Kuh, was, ach du Scheiße, Stimmungsumschwung, ihr Aal, Verkleinerungswort, Kacke, Augenstab frei geschaltet, äh, Schreibkraft, ich hab das, ich hab das letzte Wort nicht geschafft, Rückschlag, jeder Treffer wird die Insekten etwas zurückwerfen, das finde ich gut, das nehme ich, ah, ich glaube, damit ich das kriege, muss ich das so machen, jetzt kann ich, jetzt kann ich sprinten, ja, okay, gut, 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 was ist das, jetzt teleportiere ich mich Irgendwohin, die Brücke, oh, Ah, Erumschaftsfreieschaft, Brennendes Tal, Okay, wo kann ich denn als nächstes lang, da könnte ich, Was bedeutet denn dieses Zeit, aha, Pax, okay, ähm, da ist irgendeine Markierung, hier, Okay, ja, schön, ah, ich hab mich teleportiert, nice, ähm, ich schau mich mal um, da will ich noch nicht hin, ich lauf mal ein bisschen schneller, kann ich eigentlich hier jetzt irgendetwas, ja, color, 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 chameleon, Au, da kann ich noch mehr, Pimmel, äh, Primmel, meine ich, Schauen wir mal, was hier sonst noch irgendetwas in der Art, nö, kann ich ja nicht hier auf der Galerie gucken, Ne, Brennendes Tal nur, okay, gut, 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 ähm, Karte, Es wäre schön, wenn diese, ähm, Dornenbüsche irgendwie eingezeichnet worden wären, Ja, aber, nix weiter, hier haben wir schon, okay, gut, 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 dann werde ich mal die Ränder absuchen, Man will ja keine Randgruppe vergessen, ha, ha, Das ist ein Zeichen für, okay, ah, hier zum Beispiel, rot, Die entzündete Untergröße kann nicht stoppen sie jetzt. Kann, Ellie, was auch immer das ist, und hier eine Kiefer, Und Schwarzriegel Da kann ich ein paar Läste, Bunde, Schätze und Esche Oh, da komm ich An das Ding komm ich leider nicht ran, weil ich halt nicht, äh, auf die Schollen drauf kann Aber das macht nix Dann gehen wir halt hin Äh, Bereich kann enthüllt werden Was? Ah, ich glaub da oben, ha Ah, schön Ich vermute mal, bei 25, 20.000 bräuchte ich Ich bin mir sicher Dass wenn, Warte mal kurz Ich glaub da unten dürfte noch was sein Das war da oben, 20.000 bräuchten, deswegen hätten wir auch von alleine sowieso hier runtergemusst Ich werd gleich oben mal gucken, beziehungsweise zuhören Und ich kann mich aber hochporten Und ich ganz schnieke So, was haben wir hier? Dürre Dürre wird damit einmal bekämpft Wow Da kann ich nochmal gucken Hier war ich glaub ich Ja, da war Dürre Dürre Albrecht Dürre Da kann ich jetzt nach oben Heute noch weiterspielen Ja, okay Ach, da unten ist auch noch Oh Gott Kohle Kohle Erfolg Schätze Wrack Probier ich mich mal hier hin Äh Brände Hä, hä Gut, aber wo ist das Öl? Da Doch Talg Wüst Kin Wüst Piddy Busch West Sieg Über Hortensie Okay Okay Hetty riecht von Pien und Moss, die sie näher nahezu Wegwarte? Oh! Na, Kuh, ich, Sau, Fix, Ast, Mau. Äh, Vulkan, Depot, Waren, Rubel. Schön, wir hast da auch noch ne... Na, hol ich mir mal kurz. Zack! Funken. Und hier ist sonst nichts weiter. Okay. Äh, den lass ich mal. Obwohl, wie viel muss ich... Halt, 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 rufen. Ach, scheiße. 20.000, dann würde ich den unten machen. Lauf mal! Und dann sah sie die Schmerzen in der Mitte. Dann lass ich den mal in Ruhe. Glut. Wep. Rauch. Da komm ich nicht weiter. Guts. Ne. Da komm ich nicht weiter. Aber, vielleicht kann ich... Wie seh ich den? Mist, kann ich nicht. Wohl, vielleicht da oben... Ich hier mich in die Ecke stelle? Ja! Er droht... Silbernen Talisman. Was ich auch interessant fände, wenn das Spiel sich der eigenen Tippgeschwindigkeit anpassen würde. Also quasi, dass die Viecher langsamer werden, wenn man selbst langsamer schreibt. Oder auf Dauer langsamer schreibt, sag ich mal. Ich muss sagen, im Gegensatz zu Alpha Bear, als Schreibspiel, sag ich jetzt mal. Ähm, doch interessanter gemacht. Mal gucken. Da war ich überall eigentlich, ne? Da komm ich nur... Weiter, wenn ich... Damit... Hinkomme... Da war ich... Da für 20.000... Da unten ist auch noch was? Ist auch noch so ein Ding? So ein Kompass. Kompass ist das, genau. Oh, hallo. Für Gnu. Gar und Süd. Und Fieberklee. Oh, da ist noch ein... Sang-Lam-Hand. Wut-Ulk. Oh, ich er ulkig. Fingerhut. 25.000 brauche ich dafür. Eieieiei. Oh. Früh, Page, Heft. Kult, C, Beet. Da ist ne Kiste. Äh, Reserve, Bandit, Segen. Wai, Wai, Vorher... Neuer Bereich kann enthüllt werden. Da oben, der eine. Und neue Verbesserung verfügbar. Nö. Äh, ach ja, ich hab eine Kiste. Ach, Moment. Ja. Äh, was haben wir hier? Okay. Im Schreibmodus wird der Pfad zum nächsten interessanten Punkt angezeigt. Okay. Jeder Treffer wird die Insekten etwas zurückwerfen. Gib mehr her. Und... Komo beginnt mit mehr Zeit. Verdorbene Nester werden auf der Karte angezeigt. Und Feuermagie verbrennt das nächste Wort schneller. Ach nein, Moment. Es war nicht zu spät, es war einfach verbrannt. Ach, okay. Das finde ich gut. Ich glaube, dann nehme ich... Was ist denn die Ausdauer? Ich will Punkte kriegen. Punkte, Punkte, Punkte. Jetzt verstehe ich auch, wie das mit den zwei Punkten genannt ist, für eine Fähigkeit. Könnte ich ja dann den hier machen? Der auf jeden Fall dann... Also ich will erstmal so weit erkunden, wie das geht. So einer bin ich halt. Damit ich beim nächsten Mal einfach durchlaufen kann. Da oben war für 7.000, da unten... 25.000, okay, dann nach... Das war 25.000, 14.000, 20.000. Dann werde ich den, den, den machen. Bis ich halt gar keine Punkte mehr kriegen kann. Weil im Endeffekt ist das nur zum Vorteil, wenn ich... Dann wieder so einen Bossfight habe. Oder so einen Bossness, sag ich mal. Haha. Ah, okay, ich muss nur einmal Shift drücken. Ich muss nicht gedrückt halten. Das ist ja nice. So, das war ja irgendwo hier lang. Oh, ha! Abt, Eck, Ohm, Mut. Und da oben... Hallo? Achso. Kür, Süd. Opa, Aus. Ohm. Ein. Da hat der gebrannt. Okay, ich glaube, die spawnen relativ zufällig. War da 15.000, nämlich den. Dann war da oben 20.000. Ja. Halleluja. Oh.